Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Butter bei die Fische hier in der Ankerkrautküche in Hamburg. Neben mir, da steht Franzi. Und neben mir steht Peter. Und während wir hier so kochen, beantworten wir eure Fragen aus der Community. Und wenn ihr davon kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Franzi, Butter bei die Fische, gibt es Streuaufsätze bei Ankerkraut? So ein bisschen ist das ja wie eine Philosophie. Der eine will unbedingt Würzeln mit einem Löffel, der andere macht es mit den Fingern oder noch ein anderer streut es einfach rein. Und nichtsdestotrotz kriegen wir immer wieder die Frage, habt ihr auch Streuaufsätze bei Ankerkraut? Franzi, haben wir? Ja, also bei unseren großen Streuern ist ja direkt ein Streuaufsatz mit dabei. Du hast einmal die große Öffnung und einmal auch eine feinere zum feineren Dosieren. Für die Korkengläser kannst du separat diese Streuaufsätze erwerben. Die sind aus Silikon, auch ohne Weichmacher und für die Sprünmaschine geeignet. Da haben wir drei verschiedene Lochgrößen. Einmal fein, mittel und grob. Und die kannst du einfach auf dein Korkenglas stecken und hast sogar schon einen Deckel mit dabei. Ah, cool. Okay. Und warum sind die jetzt unterschiedlich groß? Je nachdem, für welches Produkt du das verwenden möchtest. Für Salz kannst du die feine Lochgröße nehmen. Für gröbere Mischungen wie für Prusketter, was ich eben in unsere Salatsoße getan habe, würde ich dann auch die größere Lochgröße empfehlen. Da sind eben gröbere Stückchen drin und die müssen ja auch irgendwie da durchkommen. Das ergibt Sinn. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, seid ihr absolute Streuaufsatz-Fan oder macht ihr das so im herkömmlichen Sinne? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir bieten übrigens auch ein Set mit allen drei Lochgrößen an. Dann könnt ihr einfach mal ausprobieren, welche Lochgröße am besten zu eurem Gewürz passt. Franzi, ich glaube, Frage beantwortet. Mission erfüllt. Genau. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.